1, 2, and 3 Namaste! Liebe Leute, heute am Samstag, 6. April 2024, 13 Uhr Ja, jetzt haben wir es 1 Das Video begann 13.00 Windows 7 Internetzeit Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Krankheit OneNitis Ich hab mir mal überlegt, ich könnte das Wort aus Scherz im zweiten Teil mal auf Englisch aussprechen Während ich es beim letzten Mal auf Deutsch die Anzahl ausgesprochen habe OneNitis, wie auch immer Ja, was mit der Krankheit auf sich hat, schau den zweiten Teil Schau mal den ersten Teil Wenn du das Wort noch nie gehört hast Ansonsten, die meisten Pick-up, Red Bull, MGTOW-Szenen Begeisterten Menschen werden wissen, worum es sich hier handelt Dieser zweite Teil war überhaupt nicht geplant Aber der Text ist halt so lang auf der Seite, wo ich mich zum Thema eingelesen habe Dass ich euch die zweite Hälfte dieses Textes einfach nicht vorenthalten wollte Da dachte ich mir Ja, heute ist auch von daher inhaltlich gar nichts geplant, was ich hier mitteilen möchte Bei ersten Teil hatte ich einen gewissen roten Faden, den ich mir und euch geben wollte Den ich abspulen wollte Jetzt habe ich gar keinen Plan und gar kein Faden, jetzt lese ich einfach mal weiter Was ich jetzt lese, habe ich mir nicht vorher vorgelesen Die ersten Teile hatte ich mir vor dem ersten Teil, dem ersten Video vorher vorgelesen Da wusste ich grob, wo es geht Da dachte ich mir, ja, das nimmst du als Beispiel und dann machst du dein Ding Aber, ähm, nee Was ich heute lesen werde, weiß ich nicht Ich weiß nur, dass es ziemlich gut ist, was auf der Seite ist Ich verurteile den, der das geschrieben hat, überhaupt nicht Ich finde das sehr gut, dass es solche Aufklärungsseiten gibt Auch wenn ich natürlich hier und da zu gewissen Dingen eine andere Meinung habe Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung in einer, ja, ich nenne es mal Langzeitbeziehung Jetzt kann man natürlich darüber streiten, was wirklich lang ist Die sind drei Jahre lang, sind fünf Jahre lang, sind acht Jahre lang, sind zehn, 15, 25 Was ist eine Langzeitbeziehung? Meine Beziehung steht kurz vor dem siebten Jubiläumstag Im Sommer ist es wieder soweit, Sommerfrühling Im Sommer haben wir wieder unseren siebten Jubiläumstag Ja, genau Äh, nochmal nachgerechnet, gerade auf der Stelle, dass ich euch jetzt scheiß erzähle Und, ähm, das ist schon ziemlich lang Das ist schon ziemlich nervig gewesen So eine Beziehung wie ein Jahr, das ist ein Stress, das kann sich kein Schwer vorstellen Also schöner, schöner Stress, angenehmer Stress Das ist sehr anstrengend, vor allen Dingen für mich als Projektor Siehe, mein Human Design Video ist überhaupt einen anderen Menschen in meinem Umfeld zu haben In so einer Häufigkeit, unglaublich belastend Das war eine völlig neue Lebenserfahrung für mich Ich bin von der Grundeinstellung her Eremit Ich bin ein Mensch, der gerne für sich alleine ist Und, ähm Der viel Zeit und Ruhe für sich Braucht sie sich auch aufgrund seiner One-Night-Tis Zwischen und One-Night-Tis waren Ach, egal Aufgrund seiner One-Night-Tis nicht, ähm Nicht, äh, von seiner Freundin lassen kann Und den ganzen Tag an ihren Rock, Zitzel, sabbernd und schlabbernd hängt Und, äh, weil mir das so viel Freude macht Äh, äh, ist es aber auch gleichzeitig sehr anstrengend Weil ich gar nicht so das Energiefeld eines anderen Menschen So oft in meiner Nähe, äh, brauch und verkrafte Weil es tatsächlich meinen Chakren durcheinander bringt Ähm, die Chakren-Rhythmen, äh, wie die sich drehen Das, das wird dadurch beeinflusst und gestört Und ich brauche immer danach, weil ich da Zwei, drei Tage, um mich energetisch zu reinigen Einfach nur von dem, ja Den anders schwingenden Energien Einer anderen Personen in meiner Gegenwart Und, äh Ja Da muss ich dann auch metaphysikalische Arbeit Danach leisten und, ja Gestern war ich wieder in meiner One-Night-Tis Bei meiner One-Freundin Von, für einen One-Night-Stand Ich dachte mir, wie packe ich jetzt den Gag noch da mit rein Der mir gerade eingefallen ist Nee, äh Ja Ich fühle mich da sehr wohl Das ist unglaublich Ähm Zum einen Wie wir in Freundschaft leben Und den ganzen Tag schnattern Meine Freunde und ich Wir sind wie so zwei Zwei gaggernde Weiber am Fenster Und man sich zwei Nachbarinnen treffen Und den ganzen Tag, ach hast du mich gesehen und hast du schon und kennst du schon Und hier und das Oder was der wieder gemacht hat Der Arbeitskollege, der Nachbar, etc. Gag, 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 gag Hat schon mal zwei Frauen gaggern hundertstundenlang Die nicht aufhören zu reden Ich und meine Freunde sind ähnlich Wir beide sprechen wahrscheinlich jeder mindestens 60.000 Wörter am Tag oder so Und da gaggern wir als Freunde Gleichzeitig geht es bei uns auch sexuell ziemlich ab Und wir tun es nicht öfters mehr als einmal am Tag Und ähm Ja, nicht selten öfters Mehr als einmal am Tag so rum Das ist glaube ich der Satz Grammatikalisch richtig Das heißt wir haben auch ein sehr gesundes und ausgeglichenes Sexleben Und ähm Tja Davon kann ich halt profitieren Und dann halt Erfahrung weitergeben Und das ist der Sinn dieses Videos Und äh Ja Ich bin auch ein bisschen müder als gestern Weil gestern war es noch bevor ich Zeiten meiner Freunde verbringe Und heute ist es nachdem ich Zeiten meiner Freunde verbracht habe Deswegen bin ich auch ein bisschen energetisch ausgelaugt Nicht zuletzt auch durch Sex Das äh Energetische auch sehr viele Komponenten hat Ähm Da ist dann an der Stelle ein bisschen was dran Wovon die Nofeper immer Ähm Im Energieverlust reden Ähm Was aber ich trotzdem nicht Ähm Für erwarten würde Nofep Ein Wort das ich auch nochmal durchnehmen könnte Äh Sich zwingen es nie zu tun Oder über sehr lange Zeiträume Nicht zu tun Und jemand weiß Was für Wunder Energien In sich zu erzeugen Äh Kann klappen Vor allen Dingen wenn man daran glaubt Kann man mit Bewusstsein sehr viel erreichen Das ist richtig Aber es ist nicht mein Weg Nicht mal ansatzweise Ähm Ich halte es für gesund Wenn man mindestens sieben am Tag kommt Und das jeden Tag Front und höher Das ist ja mein Weg Und das fühlt sich für mich auch sehr stimmig an Aber darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen War aber ein schönes Vorwort Wir Gehen jetzt weiter Genau an derselben Stelle wie gestern Lesen wir weiter Dazu blende ich wieder Ähm Ähm Poser ein So So Ihr müsstet jetzt Das weiße Bild sehen Von der Homepage von Masculus Maximus Einen Präparator würde ich mal sagen In Angelegenheit Frauen kennenlernen Und auf dieser Seite Werden halt Dinge gut erklärt Mir persönlich Alles etwas zu oberflächlich Ähm Da geht es psychologisch noch sehr viel tiefer Wenn man so viele Bücher gelesen hat Wie ich Und Aber tausenden Psychologen Äh Zugehört hat Wie ich Äh Kann man da noch sehr viel Mehr sagen Ähm Wie genau die Fachkenntnisse Des Textverfassers sind Kann ich auch nicht beurteilen Da er wohl mit seinen wichtigsten Dingen Äh Wahrscheinlich auch nur In einem Coaching rausrücken wird Und solche Texte Eher dazu erst mal Teamwerten Menschen überhaupt Erst mal in das Thema heranzuführen Und dafür zu interessieren Deswegen kann ich keine Aussage treffen Wie viel Ahnung Dieser Mensch wirklich Vom Thema hat Ich kann nur sagen Für mich persönlich Ist der Text für Anfänger Ziemlich gut geschrieben Ähm Aber es trifft bei weitem Nicht den Kern der Tiefe Äh Die dahinter steht Dahinter stehen kann Und darauf gehe ich heute Einmal mehr ein Wie schon gesagt Ungefähr die Hälfte Haben wir gestern gelesen Hier pergeweise Texte Und äh Heute geht's genau da weiter Wo ich gestern nicht Weiter konnte Aber ob ich alles schaffe Weiß ich nicht Und ob ich alles schaffen muss Weiß ich auch nicht Im dritten Teil Will ich jetzt zum Thema One Night is nicht machen Also Für die Die den Begriff noch nicht gehört haben Die eine Oder keine Das isse Das isse Das raus fürs Leben Äh Ja Wenn du immer nur An einer klemmst So wie ich Dann Äh Dann Äh Bist du von dieser Schweren Krankheit Betroffen Hier ist einfach nur Teil Der ganz natürlichen Dynamiken und Mechaniken Des menschlichen Körper Ich hoffe ich als Krankheit Bezeichnen Aber es ist trotzdem Ein Fall Ein Verhaltensweise Die Menschen schaden kann Deswegen sollte man schon Darüber aufklären Da lese ich mal weiter Mal sehen was mich heute noch In dem bisher sehr Interessanten Und spannenden Text Ja Weiter erwartet Von einer One Itis Sind öfters Männer Als Frauen betroffen Das wundert mich Triebtechnisch null Das liegt maßgeblich daran Da Frauen ständig Von anderen Männern Begehrt werden Der Mann muss selbst In der heutigen Zeit Immer noch den ersten Schritt machen Und Die Frau Verführen Ja Es gibt auch Ausnahmen Meine Freundin Ist da so eine Ausnahme Sie macht ganz gerne Den ersten Schritt Ich Ich lasse mich Eher anquatschen Das fällt mir sehr leicht Und macht auch Spaß Also Das ist auch Bewerbbar Den Weg des geduldigen Kriegers Aber es funktioniert Wenn man sich wirklich Präsentiert Egal wo Bei öffentlichen Orten Oder im Internet Aber man präsentiert sich halt Und dann Als Geduld gefragt Menschen werden schon Irgendwann In irgendeiner Weise Für irgendeinen Zweck und Grund In dein Leben gezogen Das ist unvermeidbar Tja Und wenn es dann noch Geschlechtspartner sind Umso besser So Äh Ja Genau Machen und die Frau Verführen Äh Jein Da gibt es wieder Diese Balzverhaltenstaktiken Ja Auch in den Bereich Flirten Mit hineingehen Das ist überhaupt Nicht mein Ding Ich habe nie richtig verstanden Was Flirten überhaupt sein soll Ähm Spielerisch Taste ich mich manchmal Innerhalb meiner partnerschaftlichen Beziehungen ran Und tue ein bisschen Ähm Mich Spielerisch Fast schon kindlich verhalten Um ein gewisses Zirzen Balzverhalten von mir zu geben Aber das sehe ich mir als Spiel und nicht als Muss Äh Ich brauche keine Frauen verführen Menschen finden mich einfach Geil Wenn sie das zu schätzen Weiß Was ich grundsätzlich zu Geben habe Und bin Und das Verführt dann Frauen Oder beziehungsweise Das macht mich attraktiv Für Menschen Grundsätzlich Da brauche ich jetzt nicht Irgendein gewisses Verhalten Das war nämlich das Was mich immer Von einer Beziehung Abgehalten hat Dass ich glaube Irgendeine Eine Taktik An den Tag legen zu müssen Irgendein Verhalten Egal ob jetzt Gesellschaftlich Funktioniert Oder natürlich Erst als ich beides Weggelassen habe Kam ich zum Erfolg Das ist Sehr wichtig Deswegen Du musst Also nicht Nichts tun Will ich jetzt aber Als Gegenteil Auch nicht empfehlen Weil für manche Oder sehr viele Kann das ja funktionieren Auf eine gewisse Weise zu verführen Aber Also natürlich Tierabhaltsverhalten An den Tag zu legen So würde ich es mal Lieber ausdrücken Dass man weiß Was eher dahinter steht Damit keine Gesellschaftlichen Marotten dahinter Jetzt in deiner Wahrnehmung auftauchen Sondern eher Das was Tiere tun Wenn sie werben Um Frauen So in so eine Richtung geht das Das ist viel Natürlicher Das so zu sehen Und auch den Sinn Dahinter zu erkennen Und nicht weiß Gesellschaftlich Doktriniert wurde Aber es ist halt Mit viel Ego Behaftet Und mit viel Gesellschaftlichen Wahnvorstellungen Und Konzepten Und sie zerstören Dieses natürliche Beizuhalten Was instinktiv In die Aufkommen Wurde Sie zerstören Das sogar Und deswegen Bin ich da kein Fan Von Deswegen habe ich es Einfach komplett gelassen Einfach nur ehrlich gesagt Was ich gedacht habe Und bam Waren Leute von mir begeistert Nicht viele Das gebe ich zu Auch die Qualität Der Menschen Die ich in meinem Leben Zuge Die ist extrem hoch Nur in freundschaftlichen Als auch in partnerschaftlichen Bereich Die Qualität ist dann Sehr hoch Aber ich musste nie Jemanden verführen Meine Freundin sah mich Und war sofort Nicht sofort Aber sehr schnell Von mir angetan Sag ich mal Weil ich einfach so geil bin Also das ist Ja Ich bin es halt einfach Von Natur aus Das ist halt ein Vorteil Es ist ein Vorteil Wenn man totaler Shed ist Kennt ihr den Begriff Shed? Steht glaube ich Für attraktiven Mann Also so ein Mustertypus Mit vielen Muskeln Und sehr selbstbewusst Ja so sehe ich mich auch Aber nicht unbedingt von außen Nicht unbedingt visuell Auch Ich schade nochmal ganz kurz An der Stelle auf mich Moment Ja ich kriege den Knöpfen Hier drückt Ach Wo wird er daneben Ich kriege es heute noch hin So Nicht unbedingt visuell Auch wenn ich mich persönlich Sehr attraktiv empfinde Auch weil ich seit meiner Kindheit Einfach von Inneren heraus strahle Nicht unbedingt visuell optisch Aber von der inneren Haltung Fühle ich mich sehr wohl mit mir Und halte mich für sehr wertvoll Und Also ich habe da eine Gelassenheit Es ist jetzt nicht Um mein Ego hochzubuschen Auch wenn es das Ego freut Dass ich mich selbst so sehen kann Aber es dient nicht nur dessen Sondern ich fühle mich Wirklich wohl mit mir Ich empfinde mich wirklich Ganz intuitiv Attraktiv Und ich empfinde mich Auch intuitiv Ganz wertvoll Auch für andere Menschen Weil ich weiß Was ich bin Im inneren Sein Im Liebe Und weil ich weiß Was ich geben kann An Menschlichkeit Nicht was ich jetzt In anderen Hausen tue Einkäufe schleppen Irgendwo hinfahren Blablabla Irgendwas bezahlen Nicht diese Form von Qualität Das sind ja optische Täuschungen Das würde ich ja nicht mal Als Verführung bezeichnen Sondern sogar als Täuschung Nee Ich rede wirklich von Inneren Was ich bin Und was ich geben kann Und da habe ich Eine hohe Selbstsicherheit Im Ubertrauen Dass ich Auch nicht nur geil für mich bin Und mich auch nicht nur Selbst für geil halte Sondern dass ich auch Für andere Menschen Einen Wert darstellen kann Davon bin ich sehr überzeugt Und durch die Überzeugung selber Auch wenn ich jetzt Mengenmäßig Nicht viel geben kann Auch nicht für viele Menschen Ist das was ich geben kann Ausreichend für eine Für hohe qualitativ Hochwertige Freundschaften So Aber ich fühle mich auch Visuell sehr ansprechend Das Gesicht muss man lieben Oder? So Und du solltest dich auch Jeden Tag In den Spiegel angucken Grinsen Wie ein kleines Kind Und das dann zu dir sagen Und irgendwann Wirst du es glauben Und dann Wirst du ein ziemlich Selbstsicherer Mensch Das sich wohl in seiner Haut Fühlt Und dann strahlst du auch Nach außen aus Dass du dich wohl Fühlst Und dass sich auch andere Wohl und warm In deiner Nähe fühlen können Und das zieht dann Menschen In dein Leben Deswegen ist es wichtig Sie erst mit sich Selber wohl zu fühlen Sich selber attraktiv zu finden Und so weiter und so fort Aber machen wir weiter Während die Frau Sich zurücklehnen kann Ja Weil Männer notgal Gene weiter verbreiten wollen Das wie technische Da stimmt das alles Was hier steht Frauen müssen sich Also kaum darum bemühen Um mit einem Mann In Kontakt zu treten Es reicht schon aus Eine Frau zu sein Könnte ich jetzt An der Stelle sagen Moment mal Habe ich das Bild eingeblendet? Ja Ähm Ja genau Es reicht schon aus Wenn sie das Haus verlässt Und sich ein wenig schick macht Ah nicht einmal Männer die so notgeil sind Weil es nie zum Zug kommt Da kann die Frau aussehen Wie eine Schabracke Stinken wie die Pest Und heruntergekommene Kleidung Drafen Die wird noch draus rufen Also Das klappt ja auch Im Porno-Business Ne nicht Porno-Business Aber wie heißt das Ähm Das fällt mit Der einfachste Begriff der Welt Nicht ein Ähm Im horizontalen Gewerbe Im Puff Aber wie heißt denn jetzt Das Ähm Ich wollte das Deckout Eines mir seit 30 Jahren Bekannten Begriffes Äh Ja genau Ich sage mal Bezahlte Liebe Ähm Da sehen die Frauen Na nicht immer Weltklasse aus Äh Die Frauen Die kommen Die nehmen alles Was sie kriegen können Was nicht bei drei auf den Bäumen ist Und ich bin so notgeil Dass ich Trotz dass ich Sex habe Und trotz dass ich Sex Mit einer sehr attraktiven Frau habe Ich trotzdem noch Äh Schabracken bespringen würde Weil ich Ein Ein Exemplar eines Mannes Bin Der echt dauer notgeil ist Und äh Da ist das Aussehen Ja So Latte eigentlich Hauptsache ich kann irgendwas bespringen Äh Ja Aber es gibt halt Menschen Die nehmen darauf wehrt Und damit machen sie es ja Das Leben kaputt Davon kann ich ja fragen Das Aussehen Schau wirklich erst Auf den Charakter Und wenn der Mensch dann strahlt Und eine nette Seele ist Da kannst du mit dem auch Körperlich sehr viel Schönes machen Äh Ja Das wird dann alles Attraktiv werden Mit der Zeit Aber das muss man halt Aus Erfahrung lernen So wie ich das habe So Ähm Können auch Einfach nur Haus verlassen Und schick machen Oder ins Internet Ein Foto von sich hineinstellen Das reicht dann schon bei Frauen Selbst sich schick zu machen Kann die Frau weglassen Selbst sich schick zu machen Kann die Frau weglassen Wie ich bei einer Freundin Von mir erfahren habe Ja genau das Was ich gerade erklärt habe Damals hatten sie ein Praktikum Bei einem Industrieunternehmen gemacht Und sie musste auch Die Werkstatt kennenlernen Nach ihrem Feierabend Sah sie auch dementsprechend aus Die Haare waren nicht zurecht gemacht Die Kleidung war schmutzig Und sie war auch nicht geschminkt Aber übrigens Dabei geht es ja auch nicht nur visuell Sondern auch chemisch Ähm Was Frauen an Duft Äh Äh Aus sondern Das wirkt auf Mann Übrigens auch umgedreht Auf Männer Äh Äh Lösen Wenn sie schwitzen Und sich die Moleküle auflösen Ein Abfallprodukt aus Das auf Frauen sehr Äh Attraktiv wirkt Das heißt Ähm Du schwitzt Testosteron aus Das zersetzt sich dann Und dabei entstehen dann Moleküle Die auch für Frauen Äh Ja Die auf Frauen beruhigend wirken sollen Ich hab das nämlich mal gelesen Mit dem ganzen Pheromonkram Hab ich mal durchgelesen Wie wirkt Chemie Auf Mann und auf Frau Und wie wirken auch die Gerüche Im Genitalbereich Auf Mann und auf Frau Und ähm Ähm Das was da immer als Stoppwechsel Zerfallsprodukt Auf der Haut Äh Entsteht Das äh Löst bei beiden Sehr stark etwas aus Das heißt Äh Wenn du schon eine Frau Nur riechst Und das machen Die Leute übrigens Durch Deos kaputt Dann kannst du das gar nicht mehr Die natürliche Körperchemie riechen Deswegen ähm Ich find das absolut widerlich Jedwede Form von Deo Ist bei mir strengstens untersagt Wenn du also ein Mensch bist Der Bock auf mich hat sexuell Äh Das musst du lassen Äh Das geht gar nicht Also du musst natürlich riechen Oder Auch nicht zu streng riechen Waschen sein darf das schon Aber Äh Auf keinen Fall mit Deosprays Noch nicht mal mit zu starken Waschmitteln und Spülmitteln An Kleidung daherkommen Das find ich alles widerlich Diese starken Chemischen Gerüche Äh Natürlich muss es riechen Und dann Dann kann auch die Anziehung Chemisch wirken Das spielt auch noch eine Rolle Das heißt Wenn eine Frau Einfach nur in einer Latzhose Mit zerzaustem Haar Vor der steht Und du riechst sie Mach dich das auch an Wobei ich auch schon Zerzaustes Haar Sehr attraktiv finde Aber das ist jetzt Eine andere Geschichte Genau Die Haare waren nicht recht Gemacht Die Kleidung war schmutzig Und sie war auch nicht geschminkt An einem Tag Wurde sie auf dem Weg nach Hause Von einem fremden Kerl angesprochen Ich sehe übrigens auch Wo es raus hinaus soll Jetzt können wir nur noch Geschichten Die Grunderklärung ist Eigentlich schon rum Aber ich beziehe mich Trotzdem darauf An einem Tag Wurde sie auf dem Nachhauseweg Von einem fremden Kerl angesprochen Sofort zum Gesprächseinstieg Hatte er ja ein Kompliment Zu ihrem Outfit gemacht Und er meinte es sogar ernst Ja das kann auch schon attraktiv wirken So eine Frau in einer Jogginghose Oder eine Latzhose Sie war in diesem Moment Erst einmal völlig perplex Und dachte zuerst Dass er es einfach nur Als Schatz meint Sie hätte niemals geglaubt Ja Frauen werden auch Auf irgendeine Minderwertigkeit Gebrägt In ihrer Jugend In der westlichen Gesellschaft Grundsätzlich Dass sie sich immer Für zu hässlich halten Und sich die Hände Nachmachschöner machen Dabei versauen sie sich Meistens Solche Operationen Den Lippen auf Spritzen im Gesicht Und so hin zu fahren Ja und schminken sich Wie blöd Und glauben sie Müssten gut aussehen Nee bist du eine Frau Springt Mann Von Natur aus auf dich drauf Einfach nur Weil eine Frau ist Punkt Wenn du das erstmal Eracht hast Dann kannst du wirklich Aussehen wie ein Stück Scheiße Und weißt Du kriegst irgendjemanden Für irgendwas Kannst Männer Sogar damit richtig lenken Und sich zu Sklaven abrichten Einfach nur Weil du nur eine Frau bist Deswegen herrscht Indirekt im Hintergrund Eigentlich die ganze Zeit Als kollektive Strömung Ein Matriarchat Ausaffen die meisten gar nicht So Die Feministen am allerwenigsten So Sie hätte niemals geglaubt Dass sie in diesem Outfit Jemals von einem fremden Typen Angesprochen wird Gut Dieser Kerl hatte anscheinend Kaum Ansprüche An eine Frau Das ist Quatsch Davon auszugehen Der kann schon Seine Wahrnehmung haben Von dem was positiv ist Auch es muss nicht Aussehen sein Nicht optiklich das äußere Was ich dir mit dieser Geschichte sagen wollte Ist Frauen tatsächlich Nur Netflix ausschalten müssen Und das Haus verlassen Ehrliche mal Netflix ausschalten Ein Foto im Internet Oder Um neue Männer Kennenzulernen zu können Um neue Männer Kennenzulernen zu können Wir Männer Müssen uns Ins Zeug legen Und auf die Frauen Zugehen Und dabei einen Korb Von ihr riskieren Genau deshalb Sind kaum Frauen Von einer One-Night-Hist betroffen Sie werden Ohne ihr Zutun In ihrem Alltag Auf ihrem Marktwert Da draußen hingewiesen Indem die Männer Auf sie zugehen Und dadurch entstehen Auch ungesunde Kollektive Strömungen Wo Frauen sich Für dann teilweise Für zu wertvollen Begehrenswert halten Wenn zu viele Männer Auf sie einprasseln Egal ob über Internet Oder draußen angesprochen Das wird dann Das wird dann In eine ungerichtete Gesunde Richtung Deswegen würde ich Erstmal grundsätzlich Keine Frauen Ansprechen Und man könnte Das Spiel Sehr leicht umdrehen Werden morgen Alle Männer Im Kollektiv Keine einzigen Frauen Ansprechen Sondern nur noch Sein und Erleben tun Da würden die Frauen Angelaufen kommen Sondern das Gleiche Auch nach ihren Instinkten Voraussortierend Ist schon klar Aber sie würden kommen Durch Männerunterschuss Auch durch Reinen Sexualtrieb Was viele gar nicht Glauben können Weil sich Frauen Sexuell anders verhalten Aber wenn die In ihrer Geilheitsphase sind Da drehen die am Rad Also da wollen die Unhundertfaches mehr Sex als Männer Das Problem ist Dass die Geilheitsphase Aufgrund von Medikamenten Und einer ungesunden Lebensphase Auch bei Frauen In der modernen Gesellschaft teilweise Zerstört ist Gerade die Pille Die die Frau In einen schein Schwangeren Zustand hält Und sie damit Dauer- und Notgeil macht Dafür würde ich abraten Wo eine Frau Die sich gesund Von Gemüse und Wildkräutern Ernährte Vitaminsupplemente nimmt Und niemals Irgendein Medikament Irgendeiner Art In sich hineinballert Die wird In ihrer Eisprungphase So am Rad drehen Dass sie Dass sie Richtig aggressiv Um Sex schreien wird Und bei Männern Ist das etwas ausgeglichener Die sind jeden Tag Notgeil Aber nicht auf diesem Hohen Level Wie wenn eine Frau In ihrer Eisprungphase Gerät Wenn eine Frau In ihrer Eisprungphase Gerät Dann wird die Für gewisse Tage Manchmal sogar Das kann sich sogar Manchmal Wochen ziehen So notgeil Dass sie richtig aggressiv Nach Sex schreien wird Auf eine gewisse Art Und Weise Jetzt mal übertrieben Ausgedrückt Aber da gehen die Richtig ran Da wird die auch Männer suchen Wie blöde Wenn kein einziger Mann Irgendeine Frau Noch ansprechen würde Ja Weil die auch Dann durchgefickt Werden wollen Wie B-Shirt Aber das gilt eben Nicht für die Gesellschaftliche Mit der Pille vergiftete Durchschnitt Westliche Frau Das gilt für die Frauen die gesund sind Und sich ihrer Natur Hingeben Durch gesunde Ernährung Viel Sonne Bewegung Und Vitamine Und Da funktioniert das so Genau Also bei Männern Ist es etwas Gleichmäßiger verteilt Dafür stetig Und heftig Bei Frauen Ist es dann Extrem heftig Aber etwas schlechter Verteilt Eher Sexualtrieb So Ähm Gehen wir mal weiter Im Text Ähm Männer die Anwarneidus leiten Sind für Frauen Keine attraktiven Männer Ähm Und Heißt du. Erste stellt mehr Lohnt nicht Geht es zu mehr Als zwei Videos Die Woche hoch Hast du kaum noch Klicks Weil die Leute Mit den Gucken Nicht Indeher kommen Deswegen verteile Ich das gleichmäßig Auf circa Ein Video Die Woche also hast du den ersten Teil wahrscheinlich vor einer Woche gesehen und da im oberen Teil, den ich davor erlesen habe, da war das eigentlich schon war das eigentlich schon mal erklärt ok, auch wenn es so romantisch wie in vielen Hollywoodfilmen klingt aber die allerwenigsten Frauen stehen auf Männer, die eine Frau zum wichtigsten ihrem gesamten Leben machen und sie fast schon verköttern, das stimmt eben auch nur halb Frauen mögen es, begehrt zu werden Frauen lieben es Komplimente zu erhaschen, du darfst bloß keine Bedürftigkeitsenergie mit der Verlustangst, dass du sie verlieren könntest, ausstrahlen wenn du in dir ruhend selbstsicher bist und nebenbei Liebe gestehst oder Komplimente machst oder auch etwas für sie tust aber dich zu keinem Zeitpunkt davon gezwungen fühlst dies zu tun und auch keine Verlustängste grundsätzlich hast, dann kannst du sie schon ganz schön ich sage mal vergöttern ist etwas übertrieben, aber es kommt eben immer auf den stiftenden Gedanken an, wie ich damals in Gesprächen mit Gott gelesen habe wertvolles Buch, jetzt alle mal lesen, danke das was du im Inneren wahrnimmst und fühlst ist wichtig dabei und nicht was du im Außen tust und auch nicht was du bewusst denkst sondern was du in der Tiefe glaubst das ist das, was letztendlich ausgestrahlt wird und was Frau dann wahrnimmt wenn du Angst hast, sie zu verlieren dann strahlst du aus ich habe Angst, dich zu verlieren und nicht du bist das beste Wesen wenn du jetzt nicht ausstrahlst ich habe Angst, dich zu verlieren dann kannst du trotzdem sagen du bist das beste Wesen und sie fühlt sich nicht durch dich abgeschreckt aber es ist eben wichtig den Kontext zu wissen was hier gemeint ist und das, was hier gemeint ist das stimmt natürlich das ist ja gar nichts falsch an dem Text aber man muss trotzdem erklären, was dahinter steht Frauen stehen vielmehr unabhängig selbstbewusst und mentale Stärke Männer das ist richtig meine emotional stabile Männer möchte ich ergänzen die stets ihr eigenes Ding durchziehen korrekt meine Freundin feiert es wenn ich hier zu Hause mein Ding mache und hier irgendwas bastle oder meine Gartenarbeit oder irgendwas wie wo wenn mein Auto gerade repariere oder irgendwo unterwegs bin einfach halt mein Ding mache da ist meine Freundin auch sehr begeistert so und sie ist noch begeisterter wenn sie dann Zeitlosigkeit um ihr Ding durchzuziehen hätte der Begriff McDow steht für Men go their own way könnte man auch auf meine Freundin übertragen Woman go their own way meine Freundin go ganz schön ihr own way so Männer die an One-Night-Ess leiten sind auch oftmals die Nice-Guys also genau das Gegenteil vom Bad-Boy deshalb sind Bad-Boys auch selten von einer One-Night-Ess betroffen ein Bad-Boy irgendwo diese Ranglischen Begriffe hier ein Bad-Boy bringt zwar viele negative Eigenschaften mit sich er hat aber genügend positive Eigenschaften die für viele Frauen anziehen nur deshalb kommt der Bad-Boy bei den Frauen an apropos britischer Akzent ich habe zu viel Asterix bei den Briten geguckt sofalls Tricks als auch als Realsverfilmung kann ich auch bei den Fernseher unterhalten das machst du am Rand der Ehrling nee ähm ja der böse Junge der strahlt halt aus ich mach mein Ding aber letztendlich sind die die fieseren Menschen glaubst du es nur verbal oder auch physisch den anderen was antun die sind trotzdem instabil auf einer gewissen Ebene da wirkt auch nur ein Teil anziehend deswegen wenn du ein liebevoller Mensch bist aber trotzdem selbstbewusst sein Ding macht das ist der perfekte Partner und nicht ein Bad-Boy der negative Eigenschaften mitbringt und nicht ein Nice-Guy der sich gar nichts traut für sich selbst einzugestehen das ist beides das ist beides Quatsch deswegen diese Begriffe mag ich so gar nicht auch zwischen Alpha und Beta äh sehe ich mich in einer ganz anderen äh Position nochmal aber darauf komme ich in zukünftigen wie zu sprechen wenn ich da solche Begriffe durchnehme ein Bad-Boy legt eine Frau nach der anderen Flache während der Nice-Guy sich hinten anstellen muss beim Nice-Guy ist dann die Friend-Zone vorprogrammiert äh schau dir deshalb die positiven Eigenschaften vom Bad-Boy ab und du wirst mit einer One-Night-Is-Beser umgehen gehen das ist gar nicht so schlecht die Empfehlung ähm aber die Friend-Zone die Friend-Zone genau darüber wollte ich nochmal gestern reden da hätte ich es gar nicht mehr geschafft das war etwas was mir noch kam ich dachte ich nehme es später mit rein ähm oder hatte ich es schon mal kurz angesprochen egal aber ich glaube ich habe noch was Neues dazu zu sagen ähm wie man es auch machen könnte ähm wenn ein ein Mann erst mal in einer Friend-Zone landet dann bringt die Frau Zeit mit ihm ähm will dann auch auch nicht selten dass er dann was für sie tut äh physisch irgendwie helfen muss auch nicht sein wenn du nur in einer Freundschafts-Zone bist mit einem Kerl mit dem man sich nett unterhält äh dann kann das trotzdem ein Türöffner sein für eine Langzeitpartnerschaft weil sie dich weil sie einfach euch beiden auf menschlicher Ebene Zeit gibt euch kennenzulernen wenn ihr dich dann im Alltag so geil findet dass ihr sich dann vorstellen könnt Moment mal da könnte als Partner ein Hobby funktionieren weil wir selber Interessen haben Hobbys Gemeinsamkeiten Tiefkundigkeiten irgendein Austausch etc so ein richtig toller Mensch geworden ist dass die Fremdzone eigens feste Fundament für eine Funktion in einer Langzeitbeziehung das weiß bloß keiner ähm ähm danach muss die Frau halt nur noch ähm triebtechnisch drauf anspringen und den Sexuell geil finden das musst du nur nachträglich einbauen und schon wird aus der Fremdzone dann eine Beziehung es ist nicht so dass du dann in einer Fremdzone landest und dann weg bist für immer du bist nur in dieser Fremdzone so lange bis du etwas ausstrahlst was noch fehlt und wenn du das hinzufügst verwandt kannst du die Fremdzone in eine richtige Partnerschaft verwandeln und die Fremdzone selber kann dafür benutzt werden dass sie ein wunderschönes freundschaftliches Fundament hat für eine Langzeitbeziehung denn das ist das Fundament einer Langzeitbeziehung ist immer Freundschaft egal ob sie vorher da war oder auch in der Beziehung entsteht Freundschaft ist Beziehung und nicht sexuelle Anziehungskraft oder Hauptsex ähm das ist das als Nebensache würde ich es auch nicht bezeichnen das wäre zu wenig aber das ist nicht das Fundament das ist einfach nicht das Fundament das ist in der Hinsicht dann zweitens auch wenn du dann auch etwas männlich Attraktives dann später ausstrahlst wenn du das beibringst und sie dann einfach instinktiv dann noch ähm dann triebtechnisch auf dich anspringt dann kann aus der Fremdzone eine Freundschaft werden das ist so manche Menschen kennen sich seit der Schulzeit als Freunde und kommen dann später zusammen ne die kannten sich dann schon Jahre und fühlen sich wohl beieinander das kann ein sehr großer Türöffner eigentlich sein die Fremdzone jetzt nicht als das Schlimme überhaupt äh ansehen auch wenn es bei der Reihenfreundschaft bleibt so machst du etwas falsch weil du dann ja meistens noch Bedürfnisse hinterher drückst so darf es nicht sein du musst trotzdem nebenbei präsentieren im Außen du wir sind Freunde wir bringen viel Zeit aber ich mache halt mal mein Ding ich arbeite an etwas was für wichtig ist geht heute mal nicht und schon strahlst du eine gewisse oh der ist ja für sich da der ist stabil der kann was der hat Qualität und der hat Energie über da strahlst du damit aus einfach indem du für dich da bist und dein Ding machst selbst wenn du zu Hause rumbruchst und für dich emotional da bist alleine ist nicht bei deinem Freund ausweinst dich wobei das auch nicht verkehrt wäre jemand anderen ganz emotional Stütze zu haben das kann auch wieder sein dass das entriebstechnisch nicht sehr anziehend ist aber auch dafür sind Freunde da aber es soll trotzdem von einer hohen Qualität immer alleine für sich emotional da ist und die Emotionen bearbeiten kann und verschiedene psychologische therapeutische und spirituelle Taktik und so wie ich das auch den ganzen Tag tue ja die Friendzone muss auch nicht das Ende sein du kommst da raus in dem Moment wo du nicht hinterherläufst und alles macht was die Frau sagt die Friendzone sind eher keine richtige Freundschaft und das wären wo ihr gemeinsame Interessen verfolgt nicht wo du ihr hinterherläufst das ist dann die Friendzone das würde ich dann aber auch nicht als Freundschaft bezeichnen auch wenn es Friendzone heißt das ist eher so ein Lakaientum wo man als Lakaientum wo man als Lakaientum hat mehr als ein Tag was ja die Frau tut das ist eine moderne Form der Sklavenhaltung das ist dann meist mit dieser Friendzone in der Pickup-Szene gemeint aber die richtige Freundschaft zu einer Frau daraus kann in einer Beziehung entstehen und dieses Lakaientum das jetzt grundsätzlich nie eingehen dürfen die richtige Freundschaft ist nicht dass du dir in der Herrle weil du sie geil findest mit ihr in einer Beziehung willst sondern dass ihr wirklich auf menschlicher Ebene Bock habt irgendwas gemeinsam miteinander zu machen ein Hobby zu verbringen oder so und das ist kann es dann sogar ein Türöffner sein gut gehen wir weiter im Text wie lange rede ich heute schon oder 34 Minuten war ich mir was na guck mal wie lange ich heute drin hatte ja genau das ist was ich eben erklärt habe du musst alleine glücklich sein das ist wirklich das Kernfundament nicht nur für eine zukünftige funktionierende Partnerschaft sondern für das ganze Leben überhaupt generell immer da ist eingeblend ja viele Männer machen ihr eigenes Lebensglück von der Partnerin abhängig und ja Partnerschaften können wirklich erfüllend sein das gebe ich zu aber man hat ja trotzdem noch andere Dinge im Leben auch die man Bock hat und Ziele die man erreichen intuitiv meistens und wenn das Ziel nur ist einfach nur zu sein das reine Meditieren das reine am Leben sein kann auch ein Ziel sein Zeiten sich allein zu verbringen aber man hat natürlich auch nicht selten Antrieb ein bisschen was im Leben auch noch höher zu erreichen materieller zu erreichen Freundschaft zu erreichen irgendwas halt und da kann man halt immer nur Zeit in der Partnerschaft verbringen da darf nicht die reine Lebensfreude sein sondern die Lebensfreude in dir sollte das Leben selbst sein das man Bock auf Dinge hat egal ob alleine oder mit jemandem egal mit Partnern oder mit anderen Freunden etc. etc. das sollte das Lebensziel sein das reine Freude am Leben selbst das ist der Antrieb das ist das warum wir alle hier sind ohne diesen Partner können sie einfach nicht glücklich sein niemand sollte das persönliche Glück von einer anderen Person abhängig machen ja wahres Glück kommt nämlich aus dem Inneren aus Lieblingsgrad erklärt falls du dir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorstellen kannst ohne Partnerin in deinem Leben glücklich zu sein dann musst du einfach anfangen damit umzugehen hab vor allem größere Ziele in deinem Leben Ziele geben täglich die Motivation morgens aus dem Bett zu springen um an Erreichung dieser Ziele zu arbeiten mit der Zeit wirst du erkennen dass eine Partnerin an deiner Seite dich nicht unbedingt glücklicher machen wird sag ich gleich noch was zu dem sollte deine Partnerin nur höchstens das weitwichtigste in deinem Leben sein so stellst du sicher dass du sie nicht zu deinem absoluten Lebensmittelpunkt machst stell dir einfach vor dass du diese Frau nicht brauchst sondern dass du sie willst so löst du dich von der emotionalen Abhängigkeit von dieser Perspektive aus der das geschrieben wird das ist alles erstmal richtig du musst glücklich aus dir selbst daraus sein dass du selber am Leben bist einfach nur ich lebe das Leben ist schön was kann man hier in 3D so Schönes machen ich spiele jetzt mal drauf los das sollte dein Lebensantrieb generell sein dafür solltest du deinen Partner nicht brauchen es ist aber auch nicht ganz richtig wenn man sagt dass dich ein Partner nicht glücklicher machen wird wir sind hier polar programmiert und das polare Gegenstück lässt uns an der Vollkommenheit der Ebene aus der wir ursprünglich gekommen sind näher ran fühlen deswegen wir uns gerne zu anderen Seelengesellen wir sind dann wieder ganzer weil wir einfach der Einheit aus der wir gekommen sind wieder etwas näher sind aber natürlich kann man diese Ganzheit auch aus sich selbst heraus fühlen indem man sich zum All-Eins durch Meditation wieder verbindet oder durch andere Zustände wie Musikgang Trancen und so weiter kann man sich mit dem All-Eins auch so verbinden und komplett alleine vollkommen fühlen und Glückseligkeit erfahren hier in 3D aber es ist halt einfach leichter mit anderen Menschen weil da schon wieder ein Stück ursprüngliches Bewusstsein von dir mehr in deiner Nähe ist und durch den polaren Austausch das heißt du kannst auf einer gewissen körperlichen Ebene nur ein Pol erfüllen durch den Polaraustausch mit dem Gegenpol kannst du eine gewisse Erfüllung erfahren deswegen wo in der Studie gezeigt haben dass man mit Partnern tatsächlich länger lebt von daher kann eine Beziehung schon glücklicher machen solltest du ja auch nicht für das Leben selbst gebrauchen das ist nochmal ein Unterschied aber es kann glücklicher machen es darf glücklicher machen es darf nicht das einzige sein nicht die einzige Quelle sage ich mal da würde ich halt ein bisschen differenzieren die Partnerin höchstens das Zweitwichtigste in deinem Leben nie das muss nicht sein der Partner darf auch durchaus das Wichtigste sein aber er darf dich dadurch nicht von anderen Dingen abhalten die dann das Zweitwichtigste sind sage ich mal in deinem Leben oder sagen wir mal einfach einen gleichwichtigen Stellenwert haben warum muss man mal alles in Stufen sehen der Verstand teilt immer alles in Stufen und Schubladen ein es können auch parallel Dinge gleichwichtig sein sage ich mal da würde ich das gar nicht so sehr stufen der Partner darf ruhig das Wichtigste sein würde ich sagen aber eben nicht in Form einer Abhängigkeitsbeziehung sondern dass du es wie es hier tatsächlich ziemlich scharf formuliert wurde dass du sie willst und nicht brauchst ja dass du dich halt einfach ich würde es etwas weniger scharf ausdrücken von wollen ich würde sagen dass du dich einfach dafür entscheidest ja gemeinsam mit jemandem durchs Leben zu gehen also Zweisamkeit zu teilen wenn man möchte genau emotionale Abhängigkeit ist das Problem grundsätzlich ich habe schon wieder das Foto ist ja süß du willst deine Ex-Freunde zurückgewinnen äh ha den Trieb kann ich gut nachvollziehen und ist auch nicht das verkehrte aber da muss man mal gucken was zur Trennung geführt hat und so da muss man auch sehr stark differenzieren weil wenn du erstmal an Menschen gewohnt bist allein schon Gewohnheit erschafft schon eine gewisse emotionale Abhängigkeit oder eine gewisse Bindung gewisse Bindungsgefühle und die dann zu zertreschen das kann nach einer langjährigen Beziehung so sein als sozusagen wirklich Familie die verlieren das ist nicht so ohne aber warum kam es denn da also warum warst du so unreif dass du überhaupt zu einer Trennung kam das wollte ich erstmal genauer angucken sind hier die Leute die sich zwei Wochen kennen dann wieder trennen und dann wieder zusammenkommen und wieder trennen so diese typische On-Off-Beziehung das ist übrigens auch eine Dynamik die sehr natürlich ist man will eigentlich mit denen zusammen sein weil er irgendwo resoniert und passt wie Sau gleichzeitig ist man aber so unbewusst unterwegs so primitiv so unreif dass man sich von vielen getriggerten Kleinigkeiten ständig wieder das so verleiten lässt die Beziehung eigentlich beenden zu wollen dabei geht es die ganze Zeit nur um die Emotionen die du nicht fühlen willst die du das auslöst werde ich mal ein Mensch der überhaupt ja als Alltagspraxis in sein Leben integriert Emotionen anschauen zu können und diese dann sehen verwalten verarbeiten leben etc alles damit zu können spiele und schoniere mit Emotionen das ist das was On-Off-Beziehung ständig auslöst und Neid ist so ziemlich häufig ein wenn eine Frau dich verlassen hat und sie nun zurückgewinnen willst und du sie nun zurückgewinnen willst wenn Menschen schätzen nehme ich etwas nur dann wenn wir es wieder verlieren genauso verhält sie sich mit einer Ex-Freundin ja das ist so ein generelles Phänomen vom Bewusstsein wenn man sich im Alltag nicht auf das wichtigste konzentriert wie ich zum Beispiel die pure bedingungslose Liebe zu meiner Freundin dann kann es sein dass ich wichtige Aspekte aus den Augen verliere die mir hoch und heilig sind die merkt man auch später wenn sie im Alltag fehlen das tritt auch nicht nur bei Menschen ein sondern auch bei Gegenständen wo man sich entschieden hat sie wegzugeben die dann aber doch sehr wertvoll waren im Leben entschuldigen wir noch wenn andere sie direkt nehmen Gegenständen die wertvoll waren in deinem Leben kann auch da sein aber es gibt da auch gewisse Formen von gesundere Formen und krankhaftere Formen der krankhaften Formen dann geht es ja in Richtung Messitum das habe ich damit aber jetzt nicht gemeint mal wirklich gesunde emotionale Resonanzverbindungen zu einem Objekt kann das auch auslösen zu merken wie wertvoll es war wenn es dann weg ist ich merke das auch meistens schon vorher aber ich bin auch relativ ein Messie bei mir jetzt auch in viele unnissende Richtungen ich kann ja die einfachsten Sachen manchmal nicht wegschmeißen na gut die One-Night-Its-Krankheit ist bei einer Trennung vergleichbar mit einem Junkie sobald die Erziehungserleihung eintreten das habe ich auch schon mal gelesen er wiederholt sich dann sobald die Entzugserscheinung eintreten willst du sie wieder unbedingt zurückhaben willst du deshalb den Kontakt hier aufnehmen wenn du eine One-Night-Its-Entkommen willst und du sie doch unbedingt zurückgewöhnen willst dann musst du alle erstreckt Kontaktsperre durch das habe ich auch schon mal gelesen zuletzt bist du zu ihr hinterher gerannt und du hast dadurch in ihrer Entscheidung die Beziehung mit dir zu beenden bestärkt erst wenn du dich in seiner Zeit zurückziehst gibt es überhaupt auch schon mal die Möglichkeit meine Güte irgendwie ich war gestern noch nicht an der Stelle irgendwie habe ich das würde ich jetzt schon mal komplett lesen die Kontaktklar ist nur ein witziger Teilsfakt und deine Ex-Freund zurückgewöhnen möchtest du genau wissen wie du zurückgewöhnen kannst hier jetzt in etwas andere Richtung Kontaktsperre die Freundin muss auch Zeit haben gib deiner Frau und Freundin und was auch immer Raum alleine mit einer Sache reflektieren zu können ansonsten kommen noch Emotionen hoch wenn ihr euch begegnet und ihr triggert euch und dann geht es wieder im Chaos auch das Licht eben ist halt bei Menschen so die emotional und unreif sind was man in der Schule lernen müsste in der westlichen Gesellschaft wäre eigentlich die ganze Zeit der Umgang mit Emotionen um diese anzugucken das wäre es eigentlich das heißt wenn man in der Schule lernen müsste ist das und das ist alles mal emotional und unreif die für die Probleme sorgt man hat das Betroffene stellen die Frau auf einen Zugriff Betest wenn du dieser Frau förmlich hinterher rennst investierst du auch automatisch mehr an sie was für ein starkes Ungleichgewicht sorgt so stellst du sie auf ein zuhohes Protest und schaust dadurch stets zu ihr ab wie soll diese Frau dich in dieser Situation auch nur annähernd als sexuell attraktiven Mann wahrnehmen können um sexuelle Anziehung erzeugen zu können musst du unbedingt darauf achten dass ihr miteinander auf Augenhöhe kommuniziert wenn du total glücklich bist dass du so eine tolle Frau kennengelernt hast und nun Angst hast dass du sie verlieren könntest dann musst du an dir und deinem Selbstwertbücher arbeiten ja hier ist tatsächlich auch nichts hinzuzufügen ähm was das Protest angeht naja das muss auch nicht 50-50 sich ausreichen geben und nehmen ähm da würde ich auch oft mal beobachten in die Beziehung hineingehen ob überhaupt was zurückkommt und wenn überhaupt was zurückkommt dass da würde ich dann nicht mehr so extrem auf die Waagschale liegen wer mehr gibt oder so aber das nur nochmal zu dem Protestding wenn einer nur gibt und der andere gar nicht zurückkommt und so gut vernachlässig niemals andere Lebensbereiche wenn du in einer festen Beziehung bist so richtig in meinem Freundesbekanntenkreis das ist richtig und das kann ich auch täglich nur darunter ziehen das ist auch gar nicht so schlimm wenn dein Partner dein bester Freund dann wird und ist aber grundsätzlich solltest du andere Lebensbereiche nicht zu sehr einschränken das ist wichtig auf einmal dreht sich alles nur noch um den eigenen Partner denn dieser wird zum eigenen Lebensmittelpunkt geht die Beziehung dann irgendwann in die Brüche steht man als Single ohne Freund da da man diese für eine längere Zeit zu sehr vernachlässigt hat Moment Veto na und wer braucht Freunde wahre Freunde denen stört das gar nicht die kommen in Wellen das heißt wenn du mit denen auch mal ein Jahr nicht gesprochen hast oder so ist das trotzdem nicht schlimm für die die nehmen dich dann wenn du wieder zurückkommst ganz normal weiter freuen sich dass du Zeit mit ihm verbringst da gibt es keine festen Zeiteinheiten das ist auch bei Partnerschaften so wahre Liebe kennt keine Zeit wenn die Freunde nicht mehr mit dir zu tun haben wollen dann waren es keine diese typische Freundschaft pflegen du musst die ganze Zeit dich um was kümmern und was mit denen machen nein Freundschaft Freundschaften bilden sich daraus dass sie auf einer menschlichen Ebene zueinander passt gleich schwingt selben Wert hat selben Interessen hat und das appt auch nicht ab nur weil man sich eine Zeit lang nicht gesehen hat wahre Freundschaft als solches funktioniert schon ganz anders ich tausche mich zum Beispiel mit diversen Leuten in Telegram aus über Sprachberichten und ob ich da in zwei Wochen antworte oder erst nach sechs Monaten oder umgedreht das hat auch unser Zusammensein nie einen Abbruch getan das führe ich fast seit einem Jahrzehnt mit manchen Personen durch das hat auch der Sache nie geschadet man freut sich wenn man Zeit hat für sich und sich Zeit nimmt und man wieder ins Gespräch kommt und ein bisschen quatscht und wenn das mal längere Zeiträume nicht so ist so what das habe ich früher als ich mich einsam gefühlt habe auch noch anders vorgenommen da habe ich auch das Bedürfnis nach Freundenregel gehabt weil ich mich einsam gefühlt habe ja dann verlangt man dass ein Freund ständig für einen da ist und sie Zeit investiert und vielleicht auch andere Dinge tut aber wenn du einen besten Freund als Partner hast ist das tatsächlich dann unnötig und die anderen Menschen bleiben wenn sie wahr mit dir resonieren oder sie kommen und sie gehen halt wieder ist auch nicht so schlimm die Freundschaft nicht zum wichtigsten Leben genauso wie dein Partner nicht unbedingt zum wichtigsten Leben machen musst wichtig ist halt ein perfekter Freund oder kann wichtig werden sage ich mal und der kann dann auch gleichzeitig Partner werden das kann dann auch gleichgeschlechtlich geschehen und das sogar ohne Sex wenn Männer so gar nichts mit Männern anfangen können sexuell also ich auf freundschaftlicher Ebene so gut verstehen dann zieht einfach zusammen und nehmt euch eine Wohnung und seid dann für ewig Kumpel das warum nicht so eine schöne Beziehungsform dann den Austausch haben das ist sowieso das Fundament einer Beziehung ist Freundschaft und wenn man richtig Bock aufeinander hat dann verrückt man freiwillig dann viel Zeit miteinander und das geht dann fast nur mit einer Person weil der Tag endlich ist also der Tag hat nur eine gewisse Anzahl an Stunden und du kannst nicht zehn Mann aufrechterhalten das ist Quatsch deswegen ist es logisch dass wenn die Frau in dein Leben kommt und dein neuer wichtigster Freund wird dass dann weniger Zeit wie eine Freunde da ist aber es sind auch nicht Menschen die da unbedingt gleich gehen müssen nur weil man dann mal ein bisschen weniger Zeit miteinander bringt Freund sind nicht wichtig du musst dafür sorgen dass du dir alleine immer ausreichend bist das ist eine Lehre die ich lernen konnte weil ich Jahrzehnte keine Freunde hatte in unserer Schule nur im Mocken obwohl ich er worden bin anderthalb Jahrzehnte lang durch Kindergartenschule und aus Bildung oder zu euch tausend andere Videos hier drehen schaut sie euch in meinen Playlisten an so also die Freunde weg so what denke ich mir nur hat mein Kumpel auch mit mir damals gemacht fand ich mich so schön da ist dann sogar in eine andere Stadt gezogen mit einem Kumpel den ich nach der Schulzeiten hatte der hat dann eine Frau kennengelernt und hat dann so gut wie gar keine Zeit mehr mehr gehabt das hat mich im Außen der keinen Partner hat in dem Moment dann natürlich dankiert ich fand das ein bisschen zu extrem diese extrem hohe wenig Zeit die er dann hatte er kann das jetzt auch durch eigenen Partner sehr gut nachvollziehen und hat da auch keinen Groll mehr dagegen jetzt sind wir halt nicht mehr zusammen als Menschen das ist auch nicht so schlimm das würde halt sein Leben mit seinen Freunden nicht meins mit meiner alles gut keine Probleme war halt eine schöne Jugendbeziehung die ich mit dem Kerl hatte so ist jetzt aber auch weg und vollkommen umgeht nämlich so das müsste halt sehr viel energie hineingesteckt werden dass wir uns noch sehen könnten aber wir haben halt auch in gewissen Weisen unterschiedliche Lebenseinstellungen Wertevorstellungen dass es auch da auf menschlicher Ebene nicht mehr passt sonst hätten wir jetzt auch mit Partner noch einen Weg gefunden um da ein bisschen Zeit zu verbringen aber da so manche Dinge er gar nicht bereit war einzugehen die ich für mich schon aus gesundheitlichen Gründen gebraucht hätte da funktioniert es dann auch in anderen Lebensbereichen nicht mehr wenn man die Wertevorstellung zu stark auseinander geht so das hat dann auch noch zum Aus einer Freundschaft geführt die ich keine Warten danke die denn dort schon so Richtung 20 Jahre ja habe ich schon gesagt Freundschaft und Freundschaft das ist für mich eh so ich will es nicht mehr so definieren was eine Freundschaft eigentlich ist es sind halt Menschen mit denen man mal mehr mal besser resoniert mal mehr mal gerne mal weniger gerne Zeit verbringt und da gibt es so viele Stufen dass ich dann gar nicht mehr Menschen richtig perfekt als Freund benennen möchte außer eben dieser einen Person sage ich mal für den man halt die meiste Zeit opfern möchte den kann man dann als den perfekten Freund bezeichnen aber alles andere so Freundschaften Kumpelhaftigkeiten oder Bekanntschaften da möchte ich da sind die Übergänge so fließend dass ich da nicht mehr von richtigen Freundschaften sprechen kann aus heutiger Basis so gut in meinem Freundeskreis beobachte ich ziemlich häufig wie jemand als Single ständig mit anderen Leuten etwas übernehmen wollte genau das werde ich schon lesen auf einmal dreht sich alles nochmal in der alten Ordnung blablabla genau es ist dann besonders wichtig dass du dich nicht vom eigenen Partner zu sehr abhängig mach es noch andere alle dich weiter und genauso um deine Freunde zu kümmern als wärst du das Single das bin ich ja deswegen getrennte Wohnung dass man grundsätzlich Zeit für sich und anderes noch hat damit man nicht den ganzen Tag aufeinander hängt wenn man es gar nicht braucht nehmt eine Wohnung direkt gegenüber Tür an Tür am besten und dann optimal auf keinen Fall in eine Wohnung ziehen das ist tödlich das kann so schaden weil man sich dann auch stresst wenn man Pausen braucht einfach nur als Mensch grundsätzlich Pausen braucht von Zusammensein mit anderen Menschen manche brauchen es mehr manche weniger aber jeder braucht es irgendwann brauchst du Pausen deswegen dürft ihr niemals zusammen eine Wohnung nehmen ihr könnt euch zusammen ein sehr großes Haus kaufen wo jeder seine eigenen abgeschnittenen großen vielen verschiedenen Räumlichkeiten hat dass man sich richtig derb aus dem Weg gehen kann weil man eben wirklich auch mal Abstand vom Menschsein braucht oder nehmt halt eine gegenüberliebte Wohnung in einem denselben Haus aber niemals teilt euch dieselbe Stube teilt euch dieselben Wirtschaftsräume wie Küche und Bad das kann alles zum Klinz führen weil Menschen auch unterschiedlich Bäder Küchen und Stuben verwenden und da kommt es auch zum Streit bei der Einrichtung und die lassen wir die machen das geht gar nicht jeder muss sich da freien verhalten können in seiner Wohnungsentwicklung und Design und so so veranstaltet deshalb regelmäßig Männerabende ja das ja das ist nur auch nur ein bestimmter Typus Mann der ständig mit Kumpels irgendwas machen möchte es gibt auch Männer die brauchen das gar nicht die sind froh wenn sie sich den ganzen Tag hinsetzen können und mit ihrer Freundin Gruppenteater spielen oder Trickfilme gucken oder sie einfach nur anhimmeln manche Männer brauchen das gar nicht zusammen sein mit vielen anderen Männern was nicht heißt dass ich mich nicht selber sehr gerne mit Männern auch austausche das macht sehr viel Freude aber so richtige Männerabende oder Hobbys mit Männern verbringen das brauche ich nicht für mein Leben die meisten Hobbys mache ich alleine brauche ich niemand andere für manchmal brauche ich für manche Dinge eine zweite Person könnte ich da gut gebrauchen da versuche ich sogar teilweise regelrecht noch Leute aber das reicht dann auch das muss dann auch nicht immer und nicht extrem oft sein so Männerabende am besten Bohlen gehen oder Koffenspielen oder einfach nur rauchen und sauchen nee das brauche ich so gar nicht oder zusammen Fußball gucken das auch für die die es brauchen die sollen es auch wirklich machen sich Zeit dafür nehmen ja aber ich will da noch das Hinweis geben dass es einfach Männer gibt die das nicht wollen und gar nicht brauchen das sind dann richtige ich würde mal sagen Familientypen ich bin auch ein Familientyp aber ich will keine Kinder aber ich hänge gern einfach in meiner Familie rum und das sind meine Männerabende wenn ich mit meiner Freundin zusammen saufe dann vom Fernsehen gemeinsam etwas gucke gucke ich halt nicht mit Männern Fußball sondern schaue mit meiner Freundin irgendeine Trash-Sendung an Dschungelcamp oder irgendeine Hartz-IV-Sendung oder so das sind dann meine Männerabende mit meinem festen Freund meine Freundin meine Freundin hat auch männliche Energie in sich und Eigenschaften meine Freundin ist echt ein perfekter Kumpeltyp die kann auch mit Männern abhängen an einem Fußballabend nicht, dass ich das jetzt daran extremes Interesse habe Fußball zu gucken aber ich meine vom Typus her funktioniert meine Freundin so deswegen ist meine Freundin auch die, die offensiv eher Männer anspricht als umgedreht dass Männer sie ansprechen müssten überhaupt also meine Freundin hat da männliche Energien und Eigenschaften in sich die sehr passend sind deswegen eine Freundschaft von mir mit ihr zu ihr auch sehr gut funktioniert ich brauche sowas gar nicht ich brauche Herzeit für mich alleine und meine Hobbys die ich als Einzelperson ausbiele so zeigst deiner Partnerin weiterhin eine eigene Unabhängigkeit als Mann was dich in ihren Augen attraktiver macht ja grundsätzlich stimmt es ja auch schon was damit gemeint ist dazu gehören auch Urlaube ohne den eigenen Partner richtig meine Freundin macht ständig Urlaub ohne mich das heißt nicht dass sie das immer optimal findet hin und wieder hätte sie mich schon gern dabei aber ich kann es aus gesundheitlichen Gründen nicht und ich möchte es auch als Mensch nicht weil ich wirklich Stubenhörer bin also ich verbringe unglaublich gern Zeit in Räumen muss ich sagen unglaublich gern ähm genau also das ist eigentlich der lebte Standort getrennte Wohnungen getrennte Urlaube ja das könnt ihr auf ihrem Kanal verfolgen wenn sie unterwegs ist meistens bei ihrer Familie oder so in irgendeiner Weise da was mitmacht das ist sehr interessant oder auch mal alleine an die Ostsee fährt oder so das könnt ihr alles auf dem Kanal meiner Freundin sehen äh ich feiere das total manchmal skypen wir da auch und dann nimmt sie mich quasi mit auf Urlaub über die moderne Technik äh das ist sehr schön aber ich damit ich weitere Reisen gesundheitlich überstehe da bräuchte ich erst äh eine Dienstperson die mir dabei hilft anders geht's gesundheitlich nicht äh spätestens nach dem Urlaub ist die sexuelle Anziehung zwischen euch wieder so hoch dass ihr sofort einander ja fett stimmt was ich ein paar Wochen nicht gesehen habe will man dann gleich noch mal so heftig rammeln ähm ähm sollte deine Partnerin sich aus irgendeinem Grund von dir trennen geben seine engen Freunde dir den nötigen Rückhalt wie schon gesagt den solltest du dir selber geben können emotional Stabilität und so was wiederum eine Bonitis verhindert oder zumindest stark abweicht aber an sich ist das trotzdem korrekt man kann andere durchaus als Hilfe verwenden solltest du nicht darüber zurückschicken andere um Hilfe zu bitten wenn es dir schlecht geht aber ähm die meisten Leute die kompensieren nur indem es dann über den anderen lästern geht nicht wirklich das emotionale und dann hinterliegende Problem psychologisch korrekt an rede deshalb mit deinen engsten Freunden auch über emotionale Themen richtig und nicht nur auf Fußball und Auto ja genau genau das was ich gerade gemeint habe hast du in deinem Freundeskreis eine oder mehrere Vertrauenspersonen so kannst du mit dieser auch über solche Intimität sprechen ja genau nur die richtigen Rückschlüsse müssen da noch gezogen werden äh das Reino übertreten bringt noch gar nichts die richtigen Rückschlüsse äh müssen gezogen werden da kann halt wenn wenigstens einer psychologisch verlaufen kann das bleibt nicht schaden reine Lebenserfahrung ist kein psychologisches Wissen wie du siehst ist auch eine feste Beziehung mit viel Arbeit verbunden nur weil du den Status der festen Beziehung einmal erreicht hast heißt das noch lange nicht dass du dich einfach zurücklegen kannst du bist in aller Ewigkeit zu weiterleben ja und nein wenn man ausgeglichen ist und richtig macht und das Fundament bedingungslose Liebe ist da hat das was von zurücklegen an sich muss da nicht viel tun aber man muss ja trotzdem wissen und sehen was wichtig ist in einer Beziehung wie ist es möglich dass du so viel Zeit für sie hast eine Bonnese voll auszuleben bedeutet dass du deine wichtigste und wertvollste Ressource nämlich deine Zeit nahezu komplett für diese Aufruf würdest du wie schon gesagt wenn du mit deinem abhängig willst und das Spaß macht dann ist das nicht schlecht das ist halt der Familientypus würdest du in deinem Leben größere Ziele verfolgen dann hättest du bei der Definition kaum die Zeit um einer One Lease zu werden ja ich verfolge auch nebenbei größere Ziele aber die passen zeitlich wie soll ich das ausdrücken ich habe dafür noch genug Zeit wenn ich alleine bei mir zu Hause bin eben durch dieses Konzept der getrennten Wohnung kommt das von alleine was hier empfohlen wird deswegen das empfehle ich euch als wichtigstes Fundament getrennte Wohnung A und O auf Lebzeit getrennte Wohnung getrennte Häuser getrennte Häusereinheiten was ihr euch leisten könnt ne wenn ihr reich seid kauft euch einen Bauernhof mit zwei voneinander getrennt stehenden Gebäuden und jeder lebt in einem Gebäude das ist das Optimum weil selbst Wände können auch schwörend sein wenn da Musik durchkommt und so nur Wand an Wand kann schon stressig sein auch wenn es mit einem Partner besser absprechbar ist als jetzt mit einem Nachbarn der keinen Rücksicht nehmen will meinen Tag und ich gerne mit der anderen Schuhe werden aber in letzter Zeit ist das zum Glück abgeschwächt so du wärst froh wenn diese eine Frau an deiner Seite hast aber du würdest bei ihr nicht so sehr klammern dass du ihr kein Nutzen atmen lässt das ist richtig aber wie schon gesagt haben je Menschen das ist dann nicht klammern sondern die sind dann gern zusammen und gucken den ganzen Tag Trickfilm bevor du also nach der Arbeit nur zu Hause rumhockst und Netflix schaust oder eben Netflix solltest du damit beginnen einen attraktiven Lifestyle zu pflegen möchtest du zum Beispiel beruflich mehr aufsteigen komm ich jetzt auf das Wort ja möchtest du zum Beispiel beruflich aufsteigen dann gehe immer die auf der Link ah die Extra-Meile ja genau die empfiehlt Arnold Schwarzenegger in seinen Leistungs in seinen Motivationsreden auch immer lauf die Extra-Meile indem du mehr als der Durchschnitt leistest ja kann ich schaden wenn du es hier hast worauf du richtig Bock hast dann du ein bisschen mehr dafür und übernimm auch freilich mehr Verantwortung ja genau langfristig wird es sich für dich bezahlt machen oder du findest in deinem jetzigen Job keine Erfüllung dann mache dich nebenbei selbstständig ja genau genau das unterschreibe ich so wie es da steht ich habe hier mit Absicht den Job und die Selbstständigkeit als Beispiel erwähnt da ein attraktiver Lifestyle auch oft mit hohen Kosten verbunden ist jein das wird doch auch zu definieren was ist denn für jemanden wichtig was ist denn attraktiv für mich ist attraktiv eine Matratze auf dem Boden kost.0 Cent also hauptsächlich kann ich mich auch irgendwo hinfetzen von daher ist es ja und das können auch andere dann attraktiv finden dann ist es nicht mit hohen Kosten verbunden wenn du dir doch irgendwelche schönen Möbel brauchst teure Geräte irgendwelche Autos dann ist es mit hohen Kosten verbunden wenn du beispielsweise gerne verreist oder eben reisen genau wobei auch das billig geht es gibt da so kleine Hotels ist irgendwelche runtergekommenen kleinen Scheunen ey was es da alles gibt meine Freundin also auch Weltmeister und Pfennigfuchsen bei sowas man kann reisen schon sehr günstig werden kostet den Urlaub jetzt nicht mehrere tausend Euro du kannst auch mit dem Flixbus für 30 Euro fährdurch ans Deutschland reisen und dich dann ins billigste Hotel nehmen ein Zimmer irgendwo ein bisschen weiter weg vom Zentrum der Stadt und du wirst merken wie wenig ein Urlaub kosten kann also da kommst du nicht mal in die Nähe von 1000 Euro da kommst du mit wenigen 100 Euro aus ich möchte jetzt nach der Inflation nicht mehr sagen theoretisch sogar mit wenig 10 Euro wenn du noch trämst aber du kommst halt mit wenigen 100 Euro aus statt mit mehreren tausend pro Urlaub du kannst da schön zwei Wochen verreisen in einen sehr sehr künstlichen Hotel Hotel und was es eigentlich alles für Etablissements so gibt da geht es um eines da bin ich aber nicht der Fachexperte drin da weiß meine Freundin noch mehr als ich wie das genau geht Haus- und Baukobemechanismen weiß ich schon jemand mit sehr 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 kleinem Geld sehr oft reisen kann und ja gut oder wenn du gerne ein neues Hobby wie Golf spielen ausprobieren willst das kommt auch auf dem Golfplatz an da gibt es auch billige Abonnements und wie oft du da hingehst und so ja ich bevorzuge Golf am Computer das ist sehr sehr günstig habe ich jahrelang gespielt also ich kann mich für das Spiel und die Mechanismen und die Regeln sehr begeistern ich bin passierender Golfspiel-Möger aber ob ich das jetzt physisch da auf dem Platz muss dann musst du bei dieser Sportart tiefer in die Tasche greifen als bei anderen Sportarten kommt auch drauf an wo hier im Osten so runtergekommen der Golfplatz ist nochmal was anderes als in der Großstadt irgendwo kommt halt mal auch drauf an wo man lebt genau wie Leute immer da glauben sie müssten 500.000 Euro für ein Haus bezahlen im Osten am Stadtrand eines Dorfes kriegt sie auch Häuser für 10.000 und weniger Euro also weniger als Kleinwagen kosten hier Häuser da kommt es auch sehr auf das Wo an und welche Ansprüche du da hast man kann sehr viel man kann Autos zum Schleuderpreis kriegen man kann Häuser zum Schleuderpreis kriegen man kann seinen Sportart zum Schleuderpreis kriegen wenn man nur schaut was es alles für Möglichkeiten der Polarität gibt wenn du nun nicht mehr ständig zu Hause haugst dann hast du auch keine Zeit um so oft an diese eine Frau zu denken sorge deshalb für so eine Ablenkung wie möglich ja das ist ja das ist taktisch wie schon gesagt getrennte Wohnungen umgeben das Problem von vornherein besteht noch die Möglichkeit sie rumzukriegen hat eine Frau bei dir bereits bemerkt dass du anfällig für eine Überleitest bist dann stehen die Chancen erst einmal nicht so gut für dich du bist einfach kein unbeschriebenes weißes Blatt mehr und sie hat sich bereits ein Bild von dir gemacht ja das stimmt wenn du eine negative Charaktereigenschaft über Jahre hinweg zu oft vor der Frau auslebst und sich das sogar ins Unterbewusstsein bei einbrennt dann wird es schwierig sie triebtechnisch da noch durch ein anderes Verhalten eine neue Richtung zu lenken da brauchst du dann auch wieder genauso viel Zeit um das rumzudrehen das stimmt dann schon grundsätzlich geht jetzt nicht nur bei One Night sozusagen sondern bei allen Charaktereigenschaften das wird dann schwieriger ein gewisses Grundmuster wenn man dich halt als Mensch durch und durch kennt hat das dann auch die negative Charaktereigenschaft dass man dich eben durch und durch kennt dann kennt man auch all deine Macken und da ist es dann schwer in dem Beispiel in dieser einen Charaktereigenschaft dann noch attraktiv zu wirken das stimmt schon aber wir finden da grundsätzlich unseren eigenen Weg wie wir da vorgehen bei sowas ja dann musst du hart daran arbeiten um da wieder rauszukommen das stimmt schon aber hart ist auch relativ hart muss nicht schwer sein als solches pro Tag sondern hart kann auch schwer sein in Zeitdistanz du musst dann halt nur sehr viel Zeitdistanz etwas Neues tun dass ich das ein bisschen umprogrammieren kann aber das hat auch was mit Programmierung grundsätzlich zu tun wir aber aufgebaut sind und durch Wiederholung alles in und steuern Wiederholung 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 ist dann das Mittel der Malen das muss dann auch nicht schwierig sein eine einzelne Wiederholung muss nicht schwierig sein aber der Weg der lange Weg kann dann manchmal anstrengend vorkommen ja du musst dann nicht viel auf einmal tun auch du musst dann halt wieder in eine neue Richtung gehen um kein Lappen zu sein so Lappen es gibt einfach keine Garantie dafür dass du das Feuer zwischen euch noch erfahren kannst das ist ein Glaubenssatz wenn du glaubst dass es im Fahrend Glanz wird es dir definitiv auf jeden Fall wieder leichter fallen versuche einfach so gut wie möglich die Tipps aus diesem Artikel zu verinnerlichen und mach das Beste daraus auch wenn er leider nicht wirklich sehr tiefgehend ist muss ich sagen lies diesen Artikel unbedingt bis zum Ende durch da ich dir zeigen werde wie du erfolgreich Frauen führen kannst wie ist es denn noch na komm das schaffen wir noch dann raus wir schauen das sind wir durch für euch wenn du in Zukunft eine One-Nightis vermeiden kannst solltest du dich ja wie du in Zukunft eine One-Nightis vermeiden kannst solltest du dich erkannt haben dass du eine One-Nightis leidest ja du ich dann stecke nicht sofort deinen Kopf in den Sand auch du bist in der Lage dich selbst von einer One-Nightis zu heilen folgende Punkte solltest du ab sofort beachten damit du die One-Nightis sogar zu deinem Wortschatz von deinem Wortschatz schreien kannst ich habe ein Gratisch-Bizur gefühlt Mensch lerne so viele Frauen gleichzeitig wie nur möglich kennen ja kann man machen du musst nicht mit allen in die Kiste steigen das ist korrekt aber einfach nur der Kontakt zu anderen Frauen schützt dich vor einer One-Nightis ja das ist korrekt du wirst dann auch mehr in dieses familiäre freundschaftliche Feeling selber hineinkommen du wirst dann quasi zu der das ist auch mal schön du wirst dann quasi zu denjenigen der eine Frau in die Fremdzone schiebt und das ist hilfreich viele Freundschaften zu Frauen zu haben um auch schon mal das Wesen der Frau von innen heraus aus einer Freundschaft kennenzulernen und so wird dann auch ihre Triebe und was sie offen von sich präsentieren und teilen und wie sie sich ja was sie von sich verraten und wie sie sich zeigen etc deswegen ist das gar nicht so schlecht sich mit mehreren Frauen zu umgeben du wirst dann erkennen auch so es nicht zwingend muss du wirst dann erkennen dass es da draußen auch andere tolle Frauen gibt ja genau gestehe einer Frau niemals zu früh deine Liebe wie schon gesagt das kommt auch auf den typischen Mensch an das ist individuell da würde ich wieder ja noch eins sagen ich habe es sofort gestanden es hat perfekt geklappt also von daher aber ja ich weiß welche triebtechnischen Mechanismen dahinter stehen da kann halt Bedürftigkeitsenergie mit ausstrahlen muss nicht achte lieber auf deine Energie die du ausstrahlst als das was du im Außen tust oder sagst deine Energie ist wichtig wie schon gesagt ich habe das an Tag 1 gesagt oder sagen wir mal an Tag 3 noch vor dem ersten Treffen mehr aber weniger und ja so what ist doch schön zu sagen ah ich fühle gerade Liebe wenn ich mehr nach Gegenwart bin das ist nämlich die Wahrheit dahinter das ist spirituell gesehen realer als zu sagen ich liebe dich sondern ich empfinde wenn ich in deiner Nähe bin Liebe drück das mal so aus und guck mal wie ein Mensch dann reagiert dann drückst du nämlich dein Sein aus und das hat eine ganz andere Wirkweise wenn du sagst ich liebe dich ich brauche dich komm bitte her ne nein ich fühle mich wohl in deiner Gegenwart ich empfinde Liebe dann und das mal so ausdrücken was die spirituelle Wahrheit dahinter ist deiner Energie die du dann wie dann durch den Kontakt zu anderen Personen die ausgelöst wird gut pflege einen attraktiven Lifestyle probiere neue Hobbys aus das ist immer es gibt viele Leute die immer sagen ich weiß nicht was ich machen soll ich habe keine Hobbys stimmt nicht folge mal dem was sich stimmig im Alltag anführt und das Hobby kommt automatisch in dein Leben du musst nicht danach im Außen suchen wirklich nicht die Leute die das über das Tun im Außen brauchen die sind halt noch von ihren Inneren zu stark abgeschnitten sage ich mal wenn du dich selber fühlst entstehen Hobbys um dich herum durch dein eigenes Tun im Alltag ich könnte sagen ich habe drei Millionen Hobbys ich weiß ja auch nicht was ich sonst machen soll einfach weil ich nur mein Sein nach Hause stülpe und das Tue worauf ich gerade Spaß habe da entstehen Hobbys von allein da muss man es nicht ausprobieren aber ich weiß trotzdem aus welcher Perspektive das ja gemeint ist du musst auch als Single glücklich sein können korrekt das heißt aber nicht dass es nicht auch natürlich ist wenn du innerlich fühlst dass es dich zu jemand anderen hinzieht und dass es richtiger wäre als allein zu sein da muss man auch sehr stark differenzieren aber die Lebensfreude selbst die solltest du immer aus dir selber rausgewinnen auch wenn du allein bist habe ich schon gesagt das hat schon seine Natürlichkeit dass wir uns durch den Gegenpol angezogen fühlen und dann dort wird automatisch glücklicher werden so krieg deine Einversucht in den Griff falls du dir ein Problem hast ja dazu habe ich auch schon mehr als genug gesagt sei nicht zu bedürftig und das habe ich auch mehr als genug gesagt lerne wie man Frauen richtig also guck dir beide Videos nochmal komplett an wenn ich dir dazu noch nicht genug gesagt habe lerne wie man Frauen richtig verführt und auch behält am Ende von diesem Artikel gibt es hierzu einen Link ja mit dem ist dann über Kostenpflichtig ja schon wie schon gesagt sei eher emotional stabil und zeig das dann noch aus da kannst du das verführen sparen so meine Erfahrung weil Frau denkt auch nicht in Osterbidio oder Geschlecht nach sondern ist auch erstmal nur ein Mensch der seinen Alltag umfricht das ist ja das das ist ja das was ich in der Vergangenheit auch schon mehrfach versucht zu sagen betrifft erstmal ein Mensch auf menschiger Ebene eine Frau versucht im Alltag auch nur ihr Leben zu stemmen auch wenn sie verschiedene weibliche Triebe hat denkt sie nicht den ganzen Tag darüber nach dass sie eine Frau ist sie guckt beim Fernsehen ist Mensch und nimmt einen Film wahr oder macht er irgendwas physikalisches im Außen ihr Profi verfolgen und nimmt das dann wahr und trifft mal auf dieser Ebene einen Menschen da gibt es nichts zu verführen und hab Spaß mit einem Menschen auf dieser Ebene der Rest wie sexuelle Anziehung und Verführung das entsteht dann von alleine Verführen ist wirklich eine Taktik die ich nicht brauche ich bin einfach so geil ich bin ein Chat was soll ich machen so lesen wir mal weit so sei für die Frau eine Herausforderung ja wie schon gesagt sei es Taktik ist Quatsch musst auch nicht ist ihr schwer machen und nötig sei einfach nur Mensch how to be normal kauf das Seminar how to be normal wie bin ich ein normaler Mensch da musst du nicht auf solche Spielereien wie Verführungen oder eine Herausforderung darstellen auch wenn ich weiß auf welcher Perspektive das gemeint ist und es nicht komplett unrichtig ist wenn es um die Mechanismen geht die dahinter stehen um diese besser heraus zu kristallisieren diese Mechanismen wie funktioniert Mensch sollte man schon kennen aber wenn du ein gesunder normaler ausgeliebender Mensch bist dann brauchst du nichts Verführen und dich auch nicht irgendwie rar zu machen und dann herausfordern einfach nur normal ja was ist denn das das muss man eben auch erst mal herausfinden was normaler Menschsein bedeutet dazu kann ich Bücher und Theologie jedweder Art empfehlen so Fazit da du dich hier im Internet über die One Night informiert hast zeigt vor allem zeigt vor allem dass du dich persönlich weiterentwickeln möchtest das will ich schon mein ganzes Leben das tue ich auch um so der One Night ist zu entkommen na brauche ich nicht aber es hat andere Qualität in meinem Leben oder diese in Zukunft zu vermeiden wenn andere Männer es geschafft haben kannst du es auch schaffen spätestens wenn du die One Night überwunden hast wirst du dich wundern und dass du dich damals so verhalten hast es fühlt sich so an als wärst du von einem bösen Fluch befreit worden ja das stimmt das stimmt wirklich bei dieser Art von Männern die noch Minisex hatten und kannst du da hinterher sabbern und dieser Artikel kratzt nur an der Oberfläche zum Thema Ex-Freundin zurückgewinnt ja das stimmt allerdings da es sehr komplex ist wenn du deine Chance um sie zurückzugewinnen maximieren möchtest dann buche jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns in einem persönlichen Gespräch können wir gemeinsam herausfinden warum deine Beziehung gescheitert ist und was du tun musst um sie zurückzugewinnen hier kannst du dich für das kostenlose Beratungsgespräch anmelden natürlich kannst du ja tun ähm ja dann habe ich es endlich geschafft diese Seite wenn der Text da mit dir zu 100% resoniert und mit dir wenig resoniert wie ich sagen kannst du natürlich auch den netten Herrn da um Rat fragen warum nicht jeder muss da seinen individuellen Weg für sich finden habe ich gleich mal Werbung für den Herrn gemacht so definitiv keine Frau die das geschrieben hat die formuliert das ganz grundsätzlich anders das merke ich sofort das lese sofort heraus ähm ja damit habe ich es geschafft in der zweiten Filmlänge puf auch nochmal mache ich das nicht das ist zu anstrengend die anderen Begriffe versuche ich kürzere Texte zu finden und auch mich zum Thema kürzer zu passen weil so viel Energie habe ich eigentlich nur das immer so viel vorzulesen und so lange noch zusätzlich abzuweichen darüber zu sprechen ich hoffe ihr hattet viel Spaß an dem Thema und so viel Freude wie ich leidest du auch an dem Thema von Mietes schreib mich gerne auch schon mal in den Kommentaren an vielleicht habe ich dann schon was Gluges zu sagen oder auch nicht ja und teile mir deine Erfahrungen mit einer von Mietes oder von Mietes wenn du sie hattest auch wenn du eine Frau bist verstehst du schreib mir in die Kommentare wenn du darunter entlitten hast teile teile mir einfach dein Sein mit und deine Erfahrungen es macht immer Spaß in den Austausch über solche Themen ich finde das aktuell sehr interessant auch wenn ich im Kern diese Themen aus dieser Begrifflichen aus diesen Begriffen heraus aus dieser Begrifflichkeit nicht brauche ich da die ganzen Begriffe ich bin eher oben noch für das was ich im Tiefinnern schon ganz ohne diese Begriffe verstanden und wahrgenommen habe Begriffe sind auch nur Werkzeuge aber das ganze Sein drückt sich eher Wahrnehmung und Erfahrung und Entwicklung aus im Inneren das kann man halt in Würfel packen ja ich vergötere meine Freunde über alles und bin ja trotzdem nicht vollhörig und dann hast du es eigentlich wenn du das hinkriegst ich bin ja nicht höre ich außer in den Bereichen wo ich spielerisch wirklich sein möchte das kommt noch hinzu man kann auch Geilheit daraus zu rühren fast schon wie so eine Art sexuelles Rollenspiel dass du dich ergiebig zeigst weil dich das auch geil wenn du deine Frau deinem Tee gibt Rollenspiele finde ich geil oder auch generell einfach unser grundsätzlich spielerisches Vorgehen in der Beziehung wo wir nichts zu ernst nehmen im Alltag was auch nicht heißt dass wir nicht in enorm Ernst und Teebe hineinkönnen wenn uns was belastet oder bedrückt also gleichzeitig die besten Therapeuten die es gibt ja ich hatte nur vier Stunden Schlaf und dafür reicht's auch diese Themen die fand ich so geil mal gucken ob's Resonanz auf meinem Kanal verursacht hat die Titel die Kippe und ob ich jemals auf meine dreitauschen Stunden komme die ich ja gerne anzusammeln versuche zu pflegen mit dem Kanal na Juti Mano ich hoffe du hättest du hättest ein Video und leidest genauso unter One Night This Week dann sage ich Tschüss bis zum nächsten Mal wir sehen uns bald schon wieder mit dem nächsten Thema auf diesem Kanal und was als nächstes durchgenommen wird steht noch nicht 100% fest das wichtigste im Kern dessen was ich rüberbringen wollte mein beiden Vitamin Video und das One Night This Video wenn auch als Zweiteiler habe ich jetzt hinter mich gebracht und dann sehen wir uns nächsten Woche mal sehen was noch so kommt vielleicht kommt auch ein Gärtner Video als nächstes vielleicht auch der nächste Red Bill Begriff wer weiß wer weiß wer weiß dann sage ich Tschüss bis die kommenden Tag und Woche Namaste und Namaskar